Das geschah beim letzten Mal. Hey, willst du einen Snack? Und so geht es weiter. Na, kommt rein. Na, kommt rein. Ja, wir haben doch beide auch noch. Schreib, Mensch. Tap. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Und das finde ich Ist ja die Puppe irgendwie gruseliger als das hier Warum ist das C4 Irgendeine Tasche, sehr gut Vorsitzender Stauraum So, da fehlt ihm dann der Zünder Ne, Zünder Zünder Beziehung von hier oben machen, oder was? Nein. Nein, nein, nein. Ist da der etwa? Nein. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ähm, wegwerfen. Ambole. Mitnehmen. Ambole. Das zu. Gut. So, wie komme ich von hier nach unten? Ich soll jetzt zu ihm da unten hin. Ich soll jetzt verlagern. Was siehst du? Ähm. Das ist hier Löwe. Löwe-Statue. Löwe ist Löwe. Ast. Adler. Löwe. Ast. Adler. Natürlich habe ich keinen Platz. M, 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 M. Aber ich kann keinen Platz machen. Da unten ist die Kiste. Hm, hm. Ich bin gleich da. Ach, automatisch natürlich. Nee. Gut. Dann machen wir ein Döschen auf. Da bist du hier. Komm her. Siehst du das? Nein. Jetzt. Ja. Wusstest du, sie schafft's? Na, du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Hm. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke. Ja, nee, das simuliert ja auch 1998. Äh, ich packe meine Koffer. Oh, ne. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Schrot habe ich auch noch nicht. Schlüssel. Einabgenutzter Schlüssel. Lass mich erst mal. Reste noch mit. Speichern. Schnell noch den Löwenkopf holen. Kann ich den nicht auch direkt einsetzen schon? Bestimmt. Ja, siehst du. Also hatte Elliot recht. Ah, da. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Wenn ich die schon einsetzen kann, dann machen wir das mal eben. Okay. So, du sagst, ich soll Osten. Na gut. Osten. Wo? Von dir aus? Von mir aus? Er hat nach da oben gezeigt eigentlich. Aber ich gehe hier lang. Na, was ist denn? Hallo. Ich bin's. Klaus. Klaus. Hab ich. Ich hab keine Kombinationen. Genau, ich bin's. Ich bin's, Klaus. Hab ich. Natürlich ist es ja nicht dunkel. Der Kunstraum. Im Kunstraum sind aber die schlimmsten Sachen passiert. Da kann ich nicht. Ich hab keine Kurbel. Äh, nicht Kurbel. Ah, siehste. Waffenschlüssel gerade da. Mitnehmen bitte. Das wird mich liegen lassen. Es ist dieser Moment, wenn du denkst. Hey. Ich möchte das rote Buch mitnehmen müssen. Verdarf ich. Und hier ist auch noch eine Kiste, ne? Bestimmt. Gut. Nicht kaputt machen. Gut. Vergiss es. Gut. Ich würd' fast sagen, das kam ein Hubschrauber abgestürzt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich werde es decken. Vielleicht doch jetzt. Gut. Ich glaub, hier ist ein Hubschrauber gerade reingedonnert. Das sieht verdächtig danach aus. Ich bin gleich da. Okay. Gut, das sind alles voller Zombies, aber ey. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kann wie aus dem Nichts. Äh, die hat vorhin. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Natürlich zwei Stück. Nein. Aber wie geht es dir? Bist du? Ich schlag mich durch. Das ist gut. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufheben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Ein Nachdenkopf. Okay. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Ein kleiner Plausch am Gartenzaun. Ach, was ist das? Sag dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Ja. Claire, verschwinde hier. Jetzt. Hey. Lass uns das durchstehen. Beide gehen. Äh, Marvin. Ich hab hier ein Problem. Ich hab einen Bolzensschneider. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich. Marvin. Marvin. Marvin, mal. Verdammt. Kann ich hier aber wieder zurückgehen? Ich hab's nicht mehr gesehen, ich hab's nicht mehr gesehen. Was ist das? das gibt es doch nicht hier das fenster kommen blendgranate ok elektroteile ist die sicher und die kann ich gut so viel zeug dass ich mitnehmen muss ich habe es klappt da muss ich erst mal na komm rein kommt leider auch noch schweig so 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 safe i this life is real na 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 Ja. Ich dachte eigentlich hier lag irgendwas, aber das war die falsche Tür. Bleib schliegen. Diese Munitionsverschwendung. Flieh aushalten teilweise. Also. Ja. 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 Wegwerfen? Braucht das sonst nicht mehr oder was? Boah. das ist der tonelgerät zum sprengen locker room cap merken cap hier hinten war die eine tür noch hier wollte ich jetzt wieder hier gelohnt ich würde den laden schloss verpassen ich bin ja bin ja so und zum waffenraum will ich ja auch hier da geht nicht lang nachher wacht er auf und dann